Grüßt euch, da ist der Limby wieder, heute geht es um das Thema Outdoor-Küche bzw. Outdoor-Ausrüstung und wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei, da hat mich gefreut, bis gleich. So, das sind meine zwei Kochteller. Dies ist noch aus meiner Bundeswehrzeit, unzerstörbar dieser Teller, hat einen Durchmesser von 21 cm, Spülmaschinen fest und hat ein Gewicht von 53 Gramm. Das wäre dann die vornehme Ausführung, 130 Gramm und ich habe da einen Deckel, dass mein Gericht kurzzeitig warm bleibt und habe da drei verschiedene Abgrenzungen. Und ja, der hat jetzt 24 cm. Ich tue euch dann immer wieder mal kurze Videoabteilungen einblenden, wo ich diese Töpfe, Pfannen, Tassen und so weiter dann euch in Praxis Einsatz zeige. So, als nächster haben wir da das gute alte Bundeswehr-Kochgeschirr. Das wird dann mit einem Riemen fixiert. Einmal dreiteilig, bestehend aus Deckel mit Griff, ein Innendeckel und dann der große Kochtopf. So, da sind jetzt da so Öffnungen, das heißt ich kann jetzt das so reinführen. Und so war quasi die Handhabung bei der Bundeswehr, bei der Essensausgabe, dann hat man in diese drei Töpfe das Essen reintun können. Das Ganze ist in Nierenform, wenn man das quasi am Mann hinten am Koppel getragen hat, dass diese Vertiefung dann besser am Körper anliegt. Wir haben von der Größe her, das ist 17 cm hoch und 17 cm breit und ein Durchmesser von 10 cm. Wiegel tut das Bundeswehr-Kochgeschirr 503 Gramm. So, da sieht man jetzt das Bundeswehr-Kochgeschirr auf dem selbstgebauten Hobokocher. Hier auch noch einmal im Vordergrund des Bundeswehrs. So, dann machen wir gleich weiter. Das ist auch ein militärisches Kochgeschirr in Edelstahl. Das ist von der US-Armee. Bestehend zweiteilig. Einmal dieser Pfanne mit Hänkel und dieser Teller. Und beim Essen wird das quasi unten in den Hänkel so rein. Jetzt schauen wir mal, was das Ganze wiegt. 546 Gramm. So, jetzt habe ich noch ein ziviles Kochgeschirr von Tartonka. Das besteht einmal aus einem Teller oder Deckel. Dann einen Topf mit Deckel. Und eine Pfanne mit Hänkel. Das Ganze ist aus Edelstahl. Das lässt sich da zumachen. Jetzt schauen wir mal, was das ganze Teil wiegt. 458 Gramm. Und von der Größe her ist es 16 cm. Und von der Höhe her 5,5 cm. So, da sieht man den kleinen Kochtopf mit dem selbstgebauten Spiriduskocher. Und da mache ich mir einen Erbseneintopf mit dem Spiriduskocher. So, eins meiner Lieblings Kochutensilien. Das ist mein selber geschnitzter Kochlöffel. Und der hat, ihr seht es schon, einen sehr langen Stiel. Schauen wir mal, wie lang ist der. Der Kochlöffel ist also 46 cm lang. Und der ist deshalb so lang geschnitzt, wenn man am Lagerfeuer kocht. Dass man also zum Topf umruhen hinkommt. Aber sich nicht so schnell in die Flammen reinlangt. Hinten habe ich ein Stück Paracord. Und da habe ich Draht umwickelt. Weil ich den Draht meistens dann hernehme. Um das Dreibein oben, wenn es aus Holz ist, dann oben den Draht rum. Und somit habe ich das dann oben fixiert. Und wenn ich den Topf dann einmal runter tue. Und die Flamme ja dann doch höher steigt. Und mit Paracord könnte mir das eben abbrennen. Und mit Draht ist das dann kein Problem. Jetzt kommen wir zu meinen verschiedenen Pfannen. Das ist einmal die erste Pfanne. Da kann ich den Griff rauf und runter machen. Dann geht er praktischer in den Rucksack rein. Schauen wir mal, was die Pfanne Gewicht hat. Die hat 232 Gramm. Ist also eine beschichtete Aluminiumpfanne. Und da sieht man schon, dass der also für Flammen gedacht ist. Und durchaus aber auch für Ehert. Und ich habe die recht gerne dabei, wenn ich Kleinigkeiten mache. Weil die ist nicht besonders groß. Ja, 21 cm Durchmesser. Und hoch ist die 4 cm. Also wenn es leicht sein soll. Und nicht groß, dann habe ich die gerne dabei. Die nächste Pfanne ist dann schon etwas größer. Da sind wir jetzt bei 24,5 cm. Ist beschichtetes Edelstahl. Und da habe ich mir den Griff Bohrungen rein gemacht. Und da habe ich dann Flügelschrauben. Und kann das dann quasi im Rucksack kleiner transportieren. Und wenn ich draußen bin, montiere ich den Griff hin. Jetzt schauen wir mal, wie schwer die Pfanne ist. Mit Griff 948 Gramm. So, und das ist jetzt meine größte Pfanne. Das ist Edelstahlpfanne. Schön eingebrannt. Und kriegt dann so eine schöne Brenierung. Und die hat jetzt ein Gewicht von 1340 Gramm. Und die hat einen Durchmesser von 28,5 cm. Das ist halt jetzt eine Pfanne, die man dann hernimmt, wenn man Walden tut. Wo ich also dann mein festes Lager habe. Und dass ich die Pfanne nicht durch die Gegend schleppen muss. Ewig weit. So, und jetzt am Schluss tun wir da noch geriebenen Käse über unser Kräuteromelett. Auf dem Video sieht man jetzt diese kleine Aluminiumpfanne, die da beschichtet ist. Und auf dem Video sieht man da die Edelstahlpfanne. Okay. So, kommen wir zu meinen Kochtöpfen. Das ist jetzt ein beschichteter Aluminiumtopf oder brünierter Aluminiumtopf. Hat einen Durchmesser von 21 cm. Und eine Höhe von 9 cm. Und hat ein Gewicht von 672 Gramm. Und ich habe mir den Topf ein bisschen abgeändert. Habe da Bohrungen und Kerben reingemacht. Und kann da quasi den Henkel anbringen. Und kann ihn somit auch am Lagerfeuer verwenden. Und ich habe da auch noch den passenden Deckel dazu. Und ich habe den großen Bruder dazu. Der hat jetzt einen Durchmesser von 25 cm. Und ihr seht, ich habe da ebenfalls die Bohrungen und die Kerben gemacht. Dass ich den Hacken da verwenden kann. Und jetzt schauen wir, was der wiegt. Der wiegt 1099 Gramm. So, das ist jetzt der mittlere Kochtopf mit Deckel. Und da gibt es gefüllte Paprikaschotten. Und da sieht man jetzt auch die Pfanne, Kochtopf. Und Brachkartoffeln, Rindfleisch und Tomatensauce und Zwiebeln. Kommen wir zu den Schüsseln, die ich gerne draußen dabei habe. Das ist einmal diese grüne Schüssel. Und mit dem Etui, das ist also dreiteiliges Set. Natürlich von der Firma Tupperware. Und da hat der Topf die Auskirbung, der Deckel. Und ich kann das dann quasi so verwenden. Ich habe da die Schöpfkelle. Und so kann ich da was warm halten. Wenn ich zum Beispiel einen Reis oder Nudeln koche. Tu es da rein, Deckel drauf. Und ihr seht es auf der anderen Seite, macht es dann das Loch zu. Und das bleibt also schon gut, sag ich mal, eine halbe Stunde. Das Essen, wenn man den Deckel permanent zulässt, dann warm. Und in der Zeit kann man sich dann um das andere Essen kümmern. Ich habe dann passend da noch eine Nummer, eine Tupper Schüssel. Die passt genau da rein. Und das sind also meine zwei Kunststoff Schüsseln, die ich gerne draußen dabei habe. Und ich habe das Ganze in drei verschiedenen Größen noch in Aluminium. Wobei ich Aluminium eigentlich fast nicht mehr hernehme. Das ist Edelstahl. Das ist in Ordnung. Aber Aluminium bin ich fast komplett weggekommen. Weil da immer Rückstände sich lösen können. Und das ist nicht gerade das gesundeste Material für Behältnisse, wo Lebensmittel drinnen sind. So, da sieht man jetzt, wie die Schüssel für einen Hefeteig benutze. Und zwar ist da Hefe, Mehl, ein Ei und ein bisschen Butter und Milch. Und jetzt tue ich das Ganze verrühren, dass das Ganze dann einen schönen Teig ergibt. Und da geht es jetzt dann ans Kneten. Und wenn der Teig dann gut durchgeknetet ist, dann lasse ich den noch eine Stunde gehen. Da sieht man, wie ich beide schöne Semmelknödel mache. Und zwar mache ich die aus Bresenstangen. Dann werden die würziger. Zwei Eier sind da drinnen. Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Paprika. Und alles gut durchgekneten. Und für solche Arbeiten ist die Schüssel hervorragend geeignet. So, da habe ich dann noch, wenn ich mit den Pfannen koche, einen Schaber oder Wender auch aus Holz. Den habe ich auch sehr gerne in Verbindung mit dem Kochlöffel mit dabei. Und das ist auch ein Koch-Utensiv, das ich sehr gerne mit dabei habe. Jetzt habe ich da noch einmal eine Backreihe. Da möchte ich auch einmal ein tolles Gericht draußen machen. Gericht rein, Alufolie und in die Blut. Und dahin geht es. Und das ist auch jetzt so. In der Form könnte man diese kleine Reine auch hier nehmen zum Kochen. Aber man kann da jetzt mit Deckel dann halt nicht mehr kochen, weil der Deckel aus Kunststoff ist. Aber ich kann da sauber was an Lebensmittel transportieren. Und zu guter Letzt habe ich noch eine große Reine. Da kann ich mir Pizza machen. Die, die meinen Kanal kennen, die haben das auch schon gesehen, dass ich schon des Öfteren eine Pizza draußen gemacht habe. Und die habe ich auch ab und an mit dabei. Das ist meine Kochtasche, wenn ich draußen bin. Da habe ich dann mein Schneidebrett drinnen. Und meine ganzen Gewürze. Aber das wäre dann mal ein Video für sich. Da zeige ich euch diese Tasche, was da alles drinnen ist. Und ich möchte euch noch ein paar so helfen, wenn ich draußen bin. Das ist einmal für die Pfannen. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel diesen schweren Griff sparen möchte mitzunehmen. Dann habe ich diesen leichten Griff dabei. Und kann das Ganze dann genauso verwenden. Das gleiche ist, den zu Hause lassen. Und dann für die kleine Pfanne. Ich mag den Pfannenheber recht gerne. Und dann habe ich noch so ein Helferchen gerne dabei. Und zwar mache ich sehr gerne draußen Bratkartoffeln. Und mit dem geht das ruckzuck. Mit der Spitze kann ich die Augen raustun. Sicherlich geht das mit dem Messer auch. Aber das Teil, das wiegt nichts. Und es ist heute ausgelegt. Genau für guten Schälen oder solche Sachen. Der hat 39 Gramm. Und den habe ich auch bei meinen Kochutensilien immer mit dabei. Und da habe ich meine Kaffeekanne für das Lagerfeuer. Die habe ich auch. Wenn ich Walden tue, dann habe ich die dabei. Auch wenn man mehrere Personen ist. Weil da geht ja doch fast 1,5 Liter rein. Und zum Kaffeemachen perfekt. Innen drin emailliert. Also ich mag das Teil recht gerne. Ja, hier sieht man meine große Kaffeekanne auf dem Dreibein. Ja, und im Winter habe ich dann gern diesen Becher to go dabei. Der ist quasi isoliert. Da ist eine Dichtung. Kaffee, heißen Kaffee oder Tee rein. Kann da zumachen oder aufmachen. Und habe da also im Winter dann mein Getränk isoliert. Und kann das also dann heiß trinken. Im Vergleich, da habe ich eine Tasse, die habe ich auch mal auf einem Festival mitbekommen. Und bei so einer Tasse im Winter ist halt eh nullkommanix dann das Getränk dann ausgekühlt. Ja, hier sieht man jetzt wie ich meinen Kaffee mache. Mit einer Edelstahl emaillierten Tasse. Und ich nehme da gern diesen Fertig Kaffee her. Es sei denn, dass ich dann meine Billetti, meine italienische Kaffeemaschine dabei habe. Dann gibt es einen guten Expresso Kaffee. Und weil wir gerade beim Thema Kaffee sind, diese italienische Billetti, die habe ich auch sehr gerne dabei. Das ist dreiteilig. Wasser bis zum Ventil rein. Expresso oder Kaffee rein. Ich mache mir meistens eine Latte Macchiato. Also tue ich da Expresso rein. Und zuschrauben wir. Und auf den Kocher drauf. Und fertig. Das Ganze ist aus Edelstahl. Und dieser Griff ist Kunststoff. Aber der hält auch Hitze aus. Und ich habe da wirklich das Teil schon in die Flammen drin stehen gehabt. Also ihr seht, da ist noch nicht großartig, was passiert, dass dem verbrennt wäre oder so. Also es funktioniert sehr gut. Ja, hier sieht man jetzt, wie die Billetti auf dem Espitkocher kochen tut. Und da sieht man jetzt, wie das Ganze kocht und schön der Kaffee da oben raussteigt. Es gibt da einen leckeren Expresso. Und aus dem mache ich mir dann einen Latte Macchiato. So Freunde, das war es schon wieder soweit mit dem Video über meine Kochausrüstung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen. Die, die neu sind auf meinem Kanal, können meinen Kanal gerne abonnieren. Das kostet euch nichts. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst es ja keins von meinen neuesten Videos. Ihr könnt mir auch gerne unter Instagram folgen. Unter Lemmy Haag findet ihr mich da. Und auf Facebook kennt ihr ebenfalls, da gibt es die Buschkraft Intel Gruppe. Da könnt ihr gerne dazugehen. Da sind lauter Gleichgesinnte, wo man sich austauschen kann. In diesem Sinne bleibt es alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Führt euch euer Lemmy.